So, auf geht's. Okay, okay. Das wird ein Hecht sein. Yes! Ja, ich glaube, das ist so ein 80er, wa? Na gut, ich versorge den mal und dann gucken wir uns den mal näher an. Captain Greenfin. Läuft. Das ist so ein Mid-70er Hecht, würde ich schätzen. Hat sich besser verkauft, als ich dachte, aber schöner Fisch. Und jetzt schnell rein mit dem hier.